Hallo und herzlich willkommen zu einem Video zu unseren Drehmaschinen mit Varioantrieb. Heute geben wir euch einen Überblick über unser Sortiment und stellen euch die verschiedenen Maschinen mit Varioantrieb genauer vor. Varioantrieb bedeutet, dass die Drehzahl der Arbeitsspindel stufenlos über ein Potentiometer eingestellt werden kann. Hier sehen wir unsere zwei kleinen Drehmaschinen mit Varioantrieb, der Reihe Paulimod Made by Sieg. Sie werden im Hobbymodellbau eingesetzt und eignen sich für die Bearbeitung kleiner bis mittlerer Werkstücke. Bei beiden Maschinen kann der Längsvorschub über die Schlossmutter aktiviert werden. Außerdem verfügen beide Maschinen über ein Wendeherz, durch welches die Drehrichtung der Leitspindel unabhängig von der Drehrichtung des Backenfutters umgekehrt werden kann. Somit ist auch das Anfertigen von Linksgewinden möglich. Die Drehmaschine C2 ist unser Einsteigermodell für den kleinen Span. Sie verfügt über eine Abgabeleistung von 250 Watt und eine Spitzenweite von 400 Millimetern. Das Backenfutter hat einen Durchmesser von 100 Millimetern. Die Maschine wird über einen Bürstenmotor mit Riemenantrieb angetrieben und verfügt zusätzlich über ein zweistufiges Getriebe. Mit der Untersetzung kann somit auch im niedrigen Drehzahlbereich ein höheres Drehmoment erzielt werden. Der Drehzahlbereich reicht von 100 bis 2500 Umdrehungen pro Minute. Bei der C2 sind die Wechselräder standardmäßig aus Kunststoff gefertigt, was bei sachgemäßer Anwendung dieser kleinen Tischtrehbank völlig ausreicht. Sie wird inklusive Spänewanne und Spritzschutzwand geliefert. Die Führungen sind mittels Druckleisten spielfrei einstellbar. Als nächstes schauen wir uns die Drehmaschine SC2 der Reihe Paulimod Make by Sieg genauer an. Sie kann antriebstechnisch als große Schwester der C2 bezeichnet werden, hat ebenfalls eine Spitzenweite von 400 Millimetern und eine Abgabeleistung von 500 Watt. Das Backenfutter hat einen Durchmesser von 80 Millimetern. Im Gegensatz zur C2 wird sie aber von einem bürstenlosen Gleichstrommotor mit dynamischer Steuerung angetrieben, sodass auch in niedrigen Drehzahlen ein sehr hohes Drehmoment gewährleistet ist. Der Drehzahlbereich wird über eine einzige Riemenstellung abgebildet und reicht von 100 bis 2500 Umdrehungen pro Minute. Die SC2 verfügt über einen digitalen Nonius am Quer- und Oberschlitten für ein einfacheres Ablesen der Verfahrwege, was die Maschine sehr bedienerfreundlich macht. Bei der SC2 sind im Gegensatz zur C2 die Wechselräder aus Metall verbaut, um der deutlich höheren Leistung der Maschine gerecht zu werden. Außerdem kann optional eine Drehzahlenzeige an der Maschine angebracht werden, um die Bedienung noch mehr zu erleichtern. Auch hier können die Führungen mittels Druckleisten spielfrei eingestellt werden. Kommen wir nun zur einzigen Drehmaschine mit Vario-Antrieb in unserem Sortiment aus der Paulimod-Reihe. Die PM190V ist eine kleine, kompakte und leistungsstarke Maschine. Sie hat eine Abgabeleistung von 550 Watt und eine Spitzenweite von 400 Millimetern. Auf ihr ist ein 100 Millimeter Backenfutter verbaut. Sie wird über einen Drei-Phasen-Asynchron-Drehstrom-Motor aus deutscher Herstellung mit einem speziell darauf abgestimmten Frequenzumrichter aus österreichischer Herstellung angetrieben. Der Drehzahlbereich von 50 bis 2500 Umdrehungen pro Minute wird über vier Drehzahlbereiche mit entsprechenden Riemenstellungen abgedeckt, um immer ein optimales Drehmoment zu erreichen. Auch bei der PM190V kann der Längsvorschub über die Schlossmutter aktiviert werden und es ist serienmäßig eine digitale Drehzahlenzeige angebracht. Die PM190V ist im Vergleich zu den Drehmaschinen C2 und SC2 etwas massiver gefertigt und verfügt daher über ein höheres Eigengewicht. Die Führungen lassen sich mittels Druckleisten spielfrei einstellen. Das Maschinenbett der PM190V ist induktiv gehärtet. Jetzt sehen wir uns die größeren Drehmaschinen mit Varioantrieb der Reihe Paulimod Made by Sie genauer an. Mit der SC4 und der SC10 können größere Werkstücke bearbeitet werden und sie finden ihren Einsatz im Hobbymodellbau. Die beiden Maschinen werden über einen bürstenlosen Gleichstrommotor mit dynamischer Steuerung angetrieben. Die SC4 ist die kleinere der beiden und wird in unserem Sortiment als Sondermodell mit 510 mm Spitzenweite und einem 125 mm Backenfutter verkauft. Sie verfügt über eine Abgabeleistung von 1000 Watt und der Drehzahlbereich von 100 bis 2000 Umdrehungen pro Minute wird über eine Riemenstellung abgedeckt. Ein Riemen umlegen ist somit nicht nötig. Außerdem ist an der SC4 eine kombinierte Leit- und Zugspindel verbaut, wodurch die Vorschübe einfach entweder über die Schlossmutter oder den zusätzlichen Schalthebel für Längs- und Planvorschub geschaltet werden können. Die Maschine lässt sich sehr leicht bedienen durch übersichtlich angeordnete Druckknöpfe für die Einstellung der Drehzahl, die Umstellung der Drehrichtung und zum Auskoppeln der Leitspindel für die Bedienung der optional anbaubaren Fräseinheit, welche wir zukünftig in unser Sortiment aufnehmen werden. Die Führungen lassen sich mittels Druckleisten spielfrei einstellen. Die SC10 ist die aktuell größte Drehmaschine mit Varioantrieb in unserem Sortiment. Sie hat eine Spitzenweite von 700 mm und verfügt über ein sehr massives, induktiv gehärtetes Maschinenbett. Das Drehfutter mit Chemlock-Aufnahme hat einen Durchmesser von 160 mm. Sie ist sehr leistungsstark mit einer Abgabeleistung von 1500 Watt. Der Drehzahlbereich reicht von 100 bis 2000 Umdrehungen pro Minute. Die Vorschübel können, wie bei der SC4, entweder über die Schlossmutter oder über den Schalthebel für Längs- und Planvorschub aktiviert werden. Die verschiedenen Vorschubgeschwindigkeiten beziehungsweise Steigungen zum Gewindeschneiden können bei der SC10 über zwei Drehknöpfe am Vorschubgetriebe eingestellt werden. Ein Ändern von Wechselradkombinationen entfällt. Außerdem ist in der Maschine ein Wendeherz zur Änderung der Drehrichtung der Leitspindel verbaut, sodass das Herstellen von Linksgewinden möglich ist. An der Zugspindel der SC10 ist eine Rutschkupplung verbaut. Über das übersichtlich angeordnete Bedienfeld lässt sich die Drehmaschine leicht bedienen. Die Führungen lassen sich mittels Druckleisten spielfrei einstellen. Für alle unsere Drehmaschinen mit Varioantrieb bieten wir passende Schnellwechselstahlhalter nach dem System Multifix und die dazugehörigen Montagesets an. Das war unser Video zu den Drehmaschinen mit Varioantrieb. Mehr zu diesen Maschinen findet ihr in unserem Shop. Den Link dazu gibt es unter dem Video.